Ah, die Feuerschmiede oder Wüsten-Tempel, ja da hätte ich gleich gesagt gehabt, da bleiben wir gleich bei der Feuerschmiede, wenn wir schon unterwegs sind in der Feuerschmiede. Ideal, also allgemein in der Schmiede. Können wir ruhig, oh, siehst du den beim Tor rechts? Entweder vielleicht der Boss, oder vielleicht ein neiger Gegner, ein heftiger neiger Gegner, da bin ich schon mal gespannt, vielleicht ist es auch quasi nur der vorige Dungeon, so ein bisschen auch ein leichter Sprungbrett nach vorne, damit es vielleicht zum nächsten geileren Dungeon kommt. Und dadurch würde ich auch behaupten, dass es dann so ist, dass du quasi jetzt ein viel heftigeren hast, ein viel heftigeren Dungeon mit viel mehr Schätzen etc. Könnte hinkommen, könnte hinkommen. Da sind die meisten leider schon draußen, aber immerhin. Immerhin. Also er hätte ruhig auch angreifen können, wäre er überhaupt nicht schade gewesen. Überhaupt nicht. Ein Teenie. Wirst du ja auch noch da auftauchen? Ein Wahnsinn. Achso, das sind anscheinend so welche wie ... ja, du bist vergiftet oder irgendwas. Anscheinend ist da was da drüben. Ich will schneidend riskieren. Ich scheiß lieber drauf. Aber wenn das vielleicht irgendwas unsichtbares ist etc. Ich hab' ich scheiß lieber drauf. Das kannst du nicht mehr rausfinden. Oh. 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 Ja, ich bleib da lieber in irgendein heftiges Eck. Ich weiß nicht, was da gleich alles passiert. Immerhin, immerhin. Okay, der explodiert auch gleich. Da so ein bissel von Weitern und schießt Babali mit ihm. Ja, ja, schaut schon gut aus, schaut schon gut aus. Oh, wie lieb, wie soll ich da herkommen? Ich brauche noch ein bissel. Alter, wie viele kommen da noch? Alter! Oh, Alter, wolltest du mich jetzt bewaschen? Haben wir Wicke noch nicht so viel gehabt? Na, Alter, jetzt will ich mich aber wirklich forschen. Wo sind denn die ganzen 200? Von vorher? Haben wir nicht vorher noch 200 gehabt? Alter, bin ich jetzt irgendwo komplett lost, oder was? Wie jetzt wirklich so viel verpauert? Anscheinend. Okay. Wie kann ich so schnell 200 verlieren? Aber... Ja, okay. Ja. Spiel sagt, du hast 200 verloren. Dann habe ich ja 200 verloren. Okay. Passt. Okay. Okay. Ganz komisch aber, na gut. Verstehe zwar, na... oder.. Aber das ist wenigstens hier. Das ist wenigstens lieber. Es interessiert mich nicht. Das ist hier. Ich frage mir zwar nur, welcher Motherfucker ich denn hier gemacht hab. Aber... Na gut! Schaut schon so danach aus, wie kommt da schon irgendein Hurensohn daher und macht uns da gleich wieder fertig. Ah, Moment, da ist noch kein Hurensohn. Ja, damit höre ich nicht. Ah, scheiße. Schon wieder hängen geblieben. Lauf! Lauf! Na, immerhin, immerhin. So, und ab dem Abschnitt schaue ich mir jetzt einmal noch ganz gut die andere Seite nach. Huch! Okay, da nicht. Widerseht mir da nicht die andere Seite. Umfass. Okay. Ich habe ihn wieder nicht verstanden. Ja, das geht halt damit auch schwer. Ich schaue mir noch ganz kurz die andere Seite an. Das ist, glaube ich, eh kein Problem für die. Also, hat jemand zufällig TNT reingesteckt? Ja, was? Ah ja. Er kommt eh schon wieder. Er kommt eh schon wieder, der Motherfucker. Jetzt schon mal TNT rein, oder? Jetzt schon mal wieder TNT rein. Ah! Weg! Verliebt! Tschüss! Working! Ja! Ich liebe es. Einfach mal hängen geblieben. Im Schallerbette. Aber voll nice. Alter! Ich will nicht wissen, wenn der nicht hängen geblieben ist. Was mit uns passiert wäre. Ich müsste gar nicht wissen. こう. Boah! Oh! Ja, ich gehe schon! Oh, oh! 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 Ich hab schon gesehen gehabt, wie die ganzen Stecken. Immerhin, einer weniger. Ist schon mal angefangen. Ist schon mal angefangen. Komm her da. Komm her, du. Komm her da. Da einer gleich. Wer will, wer will, wer will, wer hat noch nichts. Ui, 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 ui. Ich hoffe, dass ich da irgendwie auch sowas daherkrieg. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Perfekt. Wo ist denn der nächste? Da ist der nächste Wichser. Ehhhhh, Ehhhhh. Ehhhhh. Nicht Wecker. Nicht Wecker. Oh, der. Der sollte eigentlich was einfaches sein. Interessant haben wir jetzt doch gehabt, die sind so verzaubert. Aber die haben jetzt auch irgendwo einen Mod drin. Wo sie uns so richtig schön ficken können. Okay, irgendwann ist er wieder ein Wichser. Irgendwann ist er wieder ein Wichser. Der wird sonst vielleicht wieder bremsen. Ah, schade, 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 die andere Seite ist nicht perfekt. Jetzt müssen wir schon mal, jetzt ist wieder ein großes Ding. Okay, da haben wir leider noch nichts. Da haben wir leider auch noch nichts. Schade, wirklich schade. Flash, Flash! Zoom, Zoom! Ehhhh, die Bärm! Na guck, die Bärm, Alter! Ehhhh, die Bärm! Sonst haben wir da keine Chance. Ach so, Spingen ist eh schon gut! Nein, hat sich der Kleine drum gekümmert! Wah, perfekt! Ich hab mir die ganze Zeit so schnell angreifen können, wieso ohne, die ganze Zeit? Oh, den Huren, den Huren muss man schnell gesehen. Oh, ich geh mal über das. so geht es das war sehr knapp fast perfekt das ist nicht schlimm ok oh der eine schadengebiete so ein scheißenge aber der weint doch immer kein Schatz das ist ja akkert das ist ja akkert der weint doch immer kein Schatz na komm her du scheiß Hurens Zauberer geh die Magma geh die Magma scheiß Huren ich will nicht mehr gehen scheiß Wichser wieso ist da nix Boar schade da wäre ne nie geile Truhe da hätte es wirklich ne ne geile Truhe gewonnen oja oja das ist sicher das ist sicher das ist Ah, da wer läuft's? Okay, hätt ich mir leid gedacht. Die werden! Ah, ja, ja, oh! Oh, wie süß! Fledum aus! Perfekt! Guter Junge! Ehehe, da haben wir aber noch einen verzaubern! Wem willst du verzaubern? Mich oder was? Ja, das kommt... Alter, das wärs aber! Das wär mich verzaubern! Buchst du denn? Das wär doch zu viel mehr Leben, Alter! Viel mehr Leben! Das wär viel gescheiter! Ehehe, bis du den Stampfer hörst! Ehehe, voll leimand! Ehh, ich will gleich mal den weggehen... Ah, dann werde ich lieber gleich den weggehen... ... dann werd ich gleich gleich den weggehen... Ich bin noch in... ... ui, ui... ... bin ich noch in dem Glanspot gewesen. So, dann gehen wir mal hier diese Wege... ... ui ... da hat sich schon einer gekreiftet... ... oi, 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 oi... ... der ist doch knapp. Der ist doch knapp, der kommt hierher! Das ist ein Wicke, jetzt ein Scheiß. Oh, jetzt wäre ich von Sobe gefallen. Ihr könntet jetzt aber gar nicht sagen, ob ihr jetzt wirklich einen starken Unterschied merkt von dem jetzigen und von dem vorigen. Aber es soll sicher was gehen. Soll sicher was gehen. Awww, plötzlich nicht mehr von der Gungel. Hihi. Ui. Ui, Entersäbel. Ja, könnte schon was geiles werden. Was? Nix? Nix? Alter, ich fühle mich verarscht. Wieso gibt es ja nix? Na, leck mich doch am Arsch. Na doch, kommt jetzt wieder Jetzt! Safe! Kiste! Awww, jetzt wäre wirklich safe eine Kiste dabei gewesen. Das wäre voll geil gewesen. Ah, nein, da mache ich nicht. Hihi. Oh, komm mir, kleines Schweinchen. 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 Aha, da haben wir wieder was gehört. Was? Perfekt. Uh, gibt's denn eigentlich zu dir? Okay, ich potier den nicht. Komm, passt. Passt, passt, passt. Gut, 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 gut. Da kommt's her, Burschen. Da kommt's her, einer nach dem anderen. So kommt's episches. Da hat sich dann wieder das Warten gelohnt. Ja, dann würde ich sagen, können wir ausrüsten. Oh, die sind sogar schon Level 15. Oh. Passt, passt. Okay, da füllt uns 3 und da füllt uns auch wieder 3. Mhm. Mhm. Ähm, schwächt Gegnerangriff für zuverlässige Kombo. Okay, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Irgendwann wird's eh einmal Zeit, dass wir's austauschen. Hm, ja, 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 safe. Passt, passt. Das werden wir danach klären, dann werden wir das alles klär auch graden. Ja, das, das, das. Natürlich, in dem Fall machen wir natürlich wieder die 3er Partie. Das haben wir ja auch vorher gehabt. Erhöhung pro Schuss.